hallo mal die mummies willkommen zu einer weiteren aufgabe vom fluch der pharao und soll wir rufen natürlich wie immer unsere karte auf sind jetzt hier verfluchter hof da müssen wir auf jeden fall jetzt einen schatz plündern ich denke mal da sollten wir hinkriegen oder wir gucken einfach mal was uns da erwartet lassen sehen und kreisen sehen kann ich schon mal abchecken da ist auf jeden fall wir sind ein paar geier unterwegs denkt man nicht dass die schwierigkeiten machen sind alles nur geier mal die mummies und weil nämlich hier nebenan ist ja auch noch ein fragezeichen wo wir zur nächsten gekommen oder wir machen jetzt direkt beide durch wir gucken mal ich steig jetzt erstmal ab wir schnappen uns den schatz und dann gucken wir mal gleich so her mit den schatz und paraten am start jetzt würde ich sagen man die mummies wir haben eine weitere aufgabe im flug der pharaonen abgeschlossen aber wir gehen direkt hier rüber wir ziehen damit durch hier was haben wir hier schön zerstörer zerstörter anleger einen weiteren schatz plündern kriegen wir natürlich dass man sehen und kreisen sehen und checkt natürlich die lage ab wo der schatz ist er ist da unten da gehen wir hin gucken das war nicht die aufmerksamkeit der nie fälle auf und ziehen deswegen rennen wir jetzt hier vorne rum und dann haben wir sogar heute zwei aufgaben im flug der pharaonen abgeschlossen natürlich auf unsere art bleiben die mummies auf unserer wer bock hat günstig wenn nicht der nicht so her damit sehr nice sehr nice plünder selbstverständlich aber sowas von hat nehmen wir natürlich auch mit meinen mummies bomben mäßig und tauchen wir mal schnell auf dann würde ich sagen haben heute mal zwei aufgaben im flug der pharaonen abgeschlossen einfach weil wir top sind deswegen mal die mummies ich wünsche euch natürlich noch einen wunderschönen tag ich tauche noch mal runter weil ich gerade hier ein paar dinge ein paar sachen noch sehe hier oben uns natürlich noch die lassen wir nicht liegen die lassen wir nicht hier liegen so wie gesagt ich wünsche euch natürlich noch einen wunderschönen tag und dann sehen wir uns bei den nächsten aufgabe im flug der pharaonen wieder auf wiedersehen meine die mummies bis zum nächsten mal